Hey, kommt rein! Fühlt euch ganz viel zu Hause in der schönsten Xiaomi-Smart-Wohnung Deutschlands. Hier steht nicht nur ganz casual einfach der 55-Zoll-Transparent-Fernseher von Xiaomi drin, sondern wir haben noch eine Menge weitere smarte Xiaomi Home-Gadgets. Wie gut macht sich der Fernseher hier eigentlich? Egal, genug rumgesessen, ab geht's in die Küche. Hier muss ich noch schnell was saugen mit dem kleinen Mini-Handstaubsauger von Xiaomi. Dann vorbei an dem Sensor in das Arbeitszimmer. Hier über den Fernseher kann alles mit der Xiaomi Home-App ebenfalls gesteuert werden. Eben schnell noch die neueste Gadget-Gönnung von uns schauen, gucken, dass der Wecker für morgen richtig eingestellt ist und über den Smart-Speaker ein bisschen Musik anmachen. Dank der Xiaomi Home-App können wir auch Automationen zwischen den verschiedenen Sachen einstellen und natürlich geht das Licht an auf dem Weg nach oben. Und hier haben wir was ganz Neues, was es so bisher noch nicht in Deutschland gab, und zwar die Xiaomi Soundbar. Wir konnten schon mal reinhören, während ich hier ein bisschen pumpe. War's eine Wohnung, oder? War's eine Wohnung, oder? War's eine Wohnung, oder?